Hier haben wir das Schaubthaus von Rio Bell Playa. Hier vorne ist dann Spezialitätenrestaurant oder morgens bis abends gibt es hier Spätfrühstück und was Snacks am Pool und hier hinten dann ist dann direkt der Pool angestattet. Hier hinten gibt es ja noch so einen roten Bus, da kann man bestimmt noch Ausflugsfahrten buchen. Hier am Strand, da muss man halt seine Liege bezahlen, 3 Euro jeder Stückchen. Links vom Hotel 3 Euro und drüben 3,50 Euro. Kann man auch noch ein bisschen sparen. Und man muss bloß aufpassen, hier die Maschinen, die statten hier alle über auf der Seite vom Hotel.